Servus, meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Let's Play. Ich bin's wie immer, euer André. Herzlich willkommen zu World of Warcraft. Genau, es geht hier wieder weiter mit Aldini. Aldini? Vergiss, siehste. Mit Aldini geht's weiter. Der ist gerade AFK. Nein, natürlich mit Haroyos geht's weiter, unserem Zwerg-Magier. Und, ähm, ja, lehren dich zurück, habt Spaß, hör einfach zu. Auf geht's in ein neues Abenteuer. Ja, und zwar stehen wir jetzt direkt vor Gromy. Ich musste mir, ähm, ja, ich musste mir meine Spezialisierung irgendwie ändern, keine Ahnung. Ähm, I don't know. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier vorm Abgesandten der Zeitveränderung. Gromy sucht nach erfahrenen Abenteurern, die sich auf eine Reise durch Raum und Zeit begeben wollen. Das ist eure Chance, die legendären Abenteuer der Vergangenheit hautnah mitzuerleben. Und zwar heute. Sprecht mit Gromy, na ne. Blablabla. Haben wir. Er steht direkt vor uns. Ähm. Aber wir hatten ja als letztes, äh, wir waren... Deswegen muss ich mich mal gucken. Da waren wir nicht gewesen. Wir hatten nämlich, ähm, in Loch Modan, hatten wir nämlich angefangen hier zu questen. Und er wird uns jetzt natürlich in ein neues Add-on schicken, weil wir jetzt die Stufe erreicht haben. Aber da warten wir noch drauf. Deswegen, ähm, wird's jetzt noch kein weiteres, äh... Also vielleicht soll ich weiter drauf eingehen. So. So. So, mal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen, äh... Äh, lost. Normales. Wo ist denn mein schönes... Schnuffelhäschen? Ach. Hier ist es. Ein kleines Schnuffelhäschen. Schnuffelhäschen. Ach, fliegen kann ich noch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Naja, so schalten wir jedenfalls gleich die ganzen Sachen frei. Weil wir hier noch gar nicht gewesen sind. So. Der hat wahrscheinlich... Hast du dir eine Aufgabe für uns? Seid vorsichtig. Er hat dringende Aufträge für uns. Er hat ausgerufen. Ich bin auch noch nicht richtig, wa? Ne, nächster erst. Das ist schon ziemlich ungewohnt wenn man nicht fliegen kann, da fehlt dann irgendwie der Service gerade am Start. Da habe ich ja noch keinen Flugpunkt gehabt, kann ich ja fast gar nicht glauben. Guck mal ein Loch Modan, da habe ich auch noch keinen Flugpunkt gehabt. Das gibt's sonst, oder? Was habe ich auch? Ungelesene Nachrichten. Das ist schon sehr merkwürdig. Warte mal, wir hatten Dings gemacht. Wir hatten ja angefangen zu questen. Und dann waren wir ja noch gar nicht in Sturm mit gewesen. Hm. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020